Ich grüße euch, ihr wundervollen Menschen da draußen. Heute möchte ich mit euch ein Thema besprechen, das geht zum Kinder. Mach deinen Gefühlszustand nicht von außen abhängig. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich das oft im Außen beobachte, gerade bei kleinen Kindern, wie sie ihren Gefühlszustand von anderen, von ihren Mitschülern, von anderen Kindern, von Erwachsenen abhängig machen. Wenn die mich loben, dann geht es mir gut und wenn sie mich kritisieren, dann bin ich wohl der allerletzte Dreck. Das denken sehr viele, sie werden damit großgezogen, wenn Eltern die Kinder kritisieren, mache ich auch. Ich bin nicht die Supermutter und mache nicht alles perfekt, das sage ich nicht. Aber mir ist es ganz wichtig, oh, ich sehe gerade, es ist ein bisschen dunkel. Ich hoffe, ihr seht mich trotzdem. Ich finde es trotzdem ganz, ganz wichtig, dass wir als Eltern oder als Erzieher mit den Kindern so umgehen, dass sie verstehen, dass sie im Kern wertvoll sind. Sie sind wertvoll. Und wenn sie mal kritisiert werden, hat das nichts damit zu tun, dass sie nicht ganz sind, dass sie irgendwie falsch sind, sondern in dem Moment ist derjenige, der kritisiert vielleicht schlecht gelaunt oder hat zu hohe Ansprüche, zu hohe Erwartungen, dass wir als Erwachsene oder auch andere Kinder eine bestimmte Anforderung haben und erwarten, dass dieses Kind sich da anpasst. Und wenn sich das nicht anpasst, dann ist es schlecht. Und es muss das Kind wissen, dass es im Grunde genommen perfekt ist, so wie es ist und dass wir in dieser Matrix, in der wir leben, dafür halt sorgen, dass wir uns anpassen. Wir leben in der Matrix, da können wir jetzt auch nicht sagen, oh, nee, da muss ich aber raus. Wir leben halt hier in einer Gesellschaft, wo wir passend gemacht werden. Sei es im Kindergarten, sei es in der Schule oder auch auf der Arbeit oder auf der Uni oder egal wo. Wenn du dich nicht anpasst, wenn du vor anderen furzt, ist das unverschämt. Wenn du gerübst, ist das unverschämt. In bestimmten Ländern ist das sogar erwünscht. Hier nicht. Wenn ein Kind das schon mal weiß, wie die Welt funktioniert, ich sage, ich mache immer Spaß und sage zu den Kindern, komm, ich erkläre euch mal die Welt, aber das ist Quatsch. Ich kann denen gar nichts erklären. Ich sage auch, ihr wisst schon alles, ihr habt schon alles in euch. Und ich kann euch nur von meiner Sicht erzählen, von meiner beschränkten Sicht, weil die letzten über 30 Jahre wurde auch ich beschränkt von Kindergarten, Schule, Eltern und Verwandten und Freunden und so weiter und so fort. Da sind die Kinder noch viel, viel offener und haben noch viel mehr, viel mehr intuitives Wissen als wir Erwachsene. Und wichtig ist, dass die Kinder verstehen, wenn einer, der erwachsen ist oder auch egal wäre oder auch ein Kind, dich kritisiert, hat das nichts mit deinem Wesen zu tun. Diese Person hat in dem Moment diese Meinung über dich. Die musst du nicht annehmen. Mach deinen Gefühlszustand nicht von dieser Person abhängig. Beispiel. Wir hatten vor einigen Monaten ein Abschlussfest in der Schule. Und da war ein Mädchen, die ich sehr, sehr mag. Die hatte irgendwie Frühlingsrollen oder so mitgebracht und es war sehr lecker. Und alle haben sie gelobt und wie toll. Und das ist ein Mädchen, ich kenne sie sehr, sehr gut. Ich weiß, dass sie sehr oft sehr bedrückt ist. Sobald sie kritisiert wird, bricht sie zusammen, weint. Hat aber auch was mit dem Elternhaus zu tun. Und da wurde sie gelobt, wie toll diese Frühlingsrollen sind. Und dann ist sie direkt zu Mama gegangen und Mama, das müssen wir öfters machen und die haben das gelobt. Und ich möchte gerne noch mehr jetzt holen, weil die waren dann schon alle weg. Und das war gerade der Anfang der Feier und sie wollten schnell nochmal neue machen, nach Hause gehen und so. Und ich habe das beobachtet und die Mutter kenne ich auch sehr, sehr gut und mag sie gerne. Wir haben nochmal miteinander uns unterhalten. Und ich habe mir gesagt, merkst du gerade, wie sehr sie sich davon abhängig macht, von diesem Außen. Klar darf sie sich freuen, aber es ist nicht, ich glaube, ihr wisst, ich glaube, die Message kommt gerade an. Nicht zum Maßstab machen, wenn andere mich loben, dann bin ich gut, weil du bist gut, ob so oder so. Weil sie hätten auch alle sagen können, die schmecken ja voll ekelhaft, deine Frühlingsrollen, was dann? Wäre sie dann zusammengebrochen? Du musst in dir sicher sein, die Selbstliebe in dir leben. Und guckt mal, Leute, viele von uns leben diese Selbstliebe nicht. Ich lebe sie wahrscheinlich auch nicht zu 100 Prozent. Ich bin mit Eltern aufgewachsen, die sich selbst nicht lieben, weil sie es genauso auch von ihren Eltern mitbekommen haben. Und ich glaube, die meiste ältere Generation kennt dieses Wort Selbstliebe nicht. Damals hieß es egoistisch, wie kannst du dich selbst lieben? Und viele auch in meinem Alter wissen nicht mal, was Selbstliebe ist oder leben das nicht. Und das sollten wir lernen. Wenn wir Eltern das nicht leben, die Kinder nehmen das auf. Die nehmen das auch energetisch auf. Ich kann mit den Kindern erzählen, wie ich will. Ich kann ihnen die Welt erzählen und erklären, wie toll es ist, sich selbst zu lieben. Das können sie nicht machen, wenn ich das nicht mache. Weil die Kinder machen nicht, was wir sagen. Sie tun immer das, was wir tun. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir an uns arbeiten und den Kindern als Vorbild dienen, dass ich meinen Gefühlszustand nicht von außen abhängig mache. Das heißt, wenn jemand schlecht gelaunt ist, wenn mich jemand anschreit, wenn mich jemand fertig macht, wenn irgendetwas draußen ist, dass ich in mir trotz allem stabil bin. Ich darf mich aufregen, ich darf wütend sein, ich darf mal zurückschreien natürlich. Aber danach geht es weiter und ich liebe mich und ich bin wertvoll, egal was die anderen sagen. Das heißt, in dem Fall mit dem kleinen Mädchen, ich habe mit ihr dann auch nochmal gesprochen, ich liebe das Mädchen ohne Ende und habe ihr auch nochmal erklärt, ich sehe auch, dass viel Erziehung ist, viel Vorleben der Eltern. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe ihr versucht zu erklären, dass sie sehr, sehr wertvoll ist und dass sie ein wundervolles Mädchen ist. Und wenn jetzt diese Frühlingsrollen doch nicht geschmeckt hätten, was dann? Und da war sie schon, trotz allem bist du wertvoll. Egal was im Außen ist, du bist immer wertvoll. Selbst wenn die jetzt gesagt hätten alle, das war ja voll ekelhaft, du konntest nur sowas mitbringen, sagst du, ja tut mir leid Leute, dann würde ich mitlachen und sagen, hat eklig geschmeckt, war halt jetzt ein Fail und mitlachen. Aber nicht total deprimiert zusammenbrechen und das brauchen wir für unser späteres Leben. Das brauchen die Kinder auch für das spätere Leben, dass sie nicht sofort in Depressionen verfallen, wenn sie etwas nicht schaffen. Weil wir es leider wirklich gelernt haben, unseren Gefühlszustand von außen festzumachen. Erst wenn wir leisten, sind wir gut. Das ist auch bei mir drin. Ich arbeite ja mit der Informationstechnik und habe es auch gefunden bei mir drin. Erst wenn ich leiste und viel mache, dass ich dann erst wertvoll bin und dass ich dann erst anerkannt werden kann. Und solange ich das glaube, strahle ich das aus und ziehe dementsprechend auch nur solche Menschen an, die mir das bestätigen. Das heißt, wenn wir mit unseren Kindern so umgehen, dass wir ihnen zeigen, du bist erst gut, wenn du aufgeräumt hast und du bist erst gut, wenn du eine gute Note hast und du bist erst toll, wenn du immer sauber bist, was speichert das Kind ab? Ich bin wertlos, aber ich bin dann wertvoll, wenn ich sauber bin. Ich bin erst dann und das Kind muss wissen, dass es von Grund auf wertvoll ist, dass es von Grund auf wichtig ist hier auf dieser Welt. Nicht diese Überheblichkeit, sondern ihr wisst, was ich meine, oder? Dass das Kind einfach nur wertvoll ist. Und das sage ich auch meinen Kindern, jeder ist wertvoll, jeder. Natürlich gibt es auch Kinder, die meine Kinder nicht mögen. Und ich sage ihnen, trotz allem, auch wenn du den nicht magst, auch wenn der gemein ist, auch wenn der so und so ist, trotz allem ist dieser Mensch wertvoll. Und in diesem Zusammenspiel lernen die Kinder, okay, alle sind wertvoll. Egal, ob einer egoistisch ist, ob einer total gemein ist, ob einer mich geschubst hat, jeder Mensch ist wertvoll. Und jeder macht gerade seine Erfahrungen. Und wir machen alle Menschen, machen alle Gefühlszustände einmal durch. Hass, Neid, Wut, Liebe, Trauer, machen wir alle einmal durch. Und das dürfen wir auch durchmachen, das ist ganz, ganz wichtig. Und dazu mache ich wahrscheinlich nochmal ein extra Video. Wie wichtig es ist, dass wir auch anerkennen, dass wir alle Gefühlszustände einmal durchmachen. Für uns Eltern ist es immer sehr schwierig zu sehen, dass unsere Kinder so etwas durchmachen. Dass sie mal traurig sind, dass sie mal aggressiv sind, dass sie mal wütend sind, dass sie auch mal hassen. Das dürfen sie. Das sind Gefühle, die wir hier auf der Erde haben, die wir leben sollen. Nicht 24 Stunden am Tag, sondern hast einen Moment, wo du mal hasst. Darfst du, darfst wütend sein, du darfst auch mal traurig sein. Das dürfen wir ja alles. Aber dann schauen, wie gesagt, wenn du jetzt kritisiert wirst, dann bist du kurz traurig. Dann überlegst du, gut, ich wurde kritisiert, weil denen das jetzt nicht geschmeckt hat. Aber heißt das, dass ich nicht gut genug bin? Also ist es wichtig, im Kern dem Kind zu zeigen, aber auch dir selbst als Erwachsener, dass du wichtig bist, dass das Kind wichtig ist, egal was im Außen ist. Egal was im Außen ist. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn wir als Erwachsene das lernen, lernen es unsere Kinder. Dass wir wertvoll sind, egal was im Außen passiert. Selbst wenn mein Partner jetzt kommt, ich erzähle euch mal eine Sache. Und zwar hatten wir ein Seminar gehabt. Und ich war mit meinem Mann dort. Und das war ein sehr intensives Seminar. Und natürlich, da denkt man viel nach. Und da kommen auch viele Gefühle hoch und so. Da arbeitest du ganz schön an dich. Und da sind wir raus, hatten 15 Minuten Pause. Mein Mann hat sich hingesetzt. Und ich habe mir dann einen Tee geholt, wollte mich dazusetzen. Und er meinte, nee, du setzt dich jetzt nicht zu mir. Okay, ich will jetzt meine Ruhe haben. Und ich habe mich dann woanders hingesetzt. Und ich habe mich das auch nicht angegriffen gefühlt. Ich habe einfach nur gesehen, er braucht gerade ein paar Minuten für sich. Er will einfach mal seine Gedanken ordnen. Und dann ist mir auch so bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass wir Erwachsenen auch damit arbeiten. Ich kann mir vorstellen, wie viele Eheleute sich da schon streiten würden. Da schon sauer sein würden. Wie kannst du so nur mit mir reden? Und ich weiß aber, es hat nichts mit mir zu tun. Es hat was mit ihm zu tun. Ich bin nur ein Beispiel für euch. Ich weiß, dass viele meiner Zuschauer da schon sehr, sehr weit sind mit ihrem Bewusstsein. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass wir uns auch immer wieder gegenseitig erinnern. Allein auch mit diesem Video. Immer wieder daran zu erinnern, dein Bewusstsein zu... Ich hätte jetzt zum Beispiel in dem Moment auch sauer sein können, auf ihn den ganzen Tag nicht mit ihm reden müssen. Aber es ist ja etwas, was mit ihm zu tun hat. Ich bin ja trotzdem wertvoll. Auch wenn er sagt, hau ab, ich habe keinen Bock jetzt mit dir zu reden, heißt das ja nicht, dass ich nicht wertvoll bin. Wisst ihr, was ich meine? Und es ist wichtig, dass wir das im Kern alle wissen und leben, dass wir wertvoll sind, dass wir Liebe sind, dass wir ganz sind. Dass wir nicht falsch sind. Egal, was wir im Leben machen. Wir machen Erfahrungen. Wir machen nichts Falsches. Wir machen Erfahrungen. Und das ist so schön, wenn auch unsere Kinder das mitnehmen können. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen wundervollen Tag. Und wer mit mir zusammenarbeiten möchte, mit seinem Informationsfeld schauen, was sind da für Blockaden, die mich in meinem Leben behindern, wie kann ich mein Leben transformieren, verändern, Probleme, Geld, Beruf, Liebe, egal was es ist, melde dich bei mir. Unten ist ein Link, da können wir uns erst mal unterhalten und schauen, ob eine Zusammenarbeit möglich ist. Denn ich arbeite nicht mit allen, habe ich schon in anderen Videos gesagt. Ich arbeite nur mit Menschen, die auch wirklich an sich arbeiten möchten. Die bereit sind, ihr Leben zu verändern und die bereit sind, in sich reinzuschauen. Schonungslos die Wahrheit anzuschauen. Was ist in mir drin? Was kann ich da positiv verändern? Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.